Ja, was passiert, wenn man jetzt nicht den komischen grünen Zwerg da mitgenommen hat. Mal gucken, wir sind jetzt bei diesem selben Level nochmal, aber halt, ähm, jetzt mir die Sachen wieder zurückzuholen. So, na gut, äh, wie soll ich das jetzt machen? Es ist eigentlich ganz einfach, man muss nur die Wachen ausweichen, wenn man gut ist. Ein bisschen willst du eine andere Kleidung kaufen, das ist immer wichtig. So, noch einmal die Zeit zurückdrehen. Jep, mit denen haben wir schon alles schon geredet. So, auf geht's. Dün, 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 die muss ich extrem gut in Half-Man-Heroes-Design kommen. Den kann ich noch gar nicht antreten, weil ich nicht zu stark genug bin. Ah, das war ein bisschen zu früh. So, schnell rüber, meine Ausrüstung zurückholen, yeah. Ja, jetzt kann man ja gegen die Krieger, ähm, also gegen die Soldaten da antreten. Take it back. Ja, und die Titels werden ja noch später noch richtig nützlich werden, eigentlich. Guck mal, man sieht hier, wir räumen ja schön auf hier. Die hat keine Chorons. Ja, das war's dann. So, somit würde jetzt nächstes Park dann weitergehen. Mit, halt, mit diesen Ausrüstungen halt. Und, ähm, ja. Der Rest ist eigentlich nur schnell jetzt gemacht, dass die Levels zu Ende geht. Kurze Spoiler. Nein, Spaß beiseite. Das ist kein Spoiler. Und jetzt kann ich einfach hier, wenn möglich, da durchgehen. Gut. Egal, jetzt nochmal gegen die Hinrichtungs-Dings da machen. Töten. Ja, weg mit dir. Und du bist eine Fehlschung. Du hast circa zwei Sekunden. Nein. Und das war's dann. Ja, ich hab sehr viel rumgeskippt. Gut, eh's. So holt man sich seine Richtung wieder zurück. Aber man sieht sich gleich wieder. Ja.